Aus Bärlauch kann man auch super Quark machen, das mit Kartoffeln essen. Hier haben wir schon ganz viel. Hier zwischen steht auch Giersch. Ganz frisch, ganz jung, auch sehr schön und würzig als Pflanze. Kann man auch in Suppen machen. Hier sieht man auch noch mal typisches Gierschblatt. Typisch sind diese kleinen Öhrchen hier dran an den Seiten, die man so sieht. Das kann man erkennen. Und kann man auch roh essen, im Salat essen. Man kann aber auch jungen Löwenzahn in den Salat nehmen. Wenn er schon etwas älter ist, etwas bitter schmeckt, dann geht es auch, dass man den Löwenzahn für 20 Minuten in lauwarmes Wasser legt und dann verliert der Löwenzahn die Bitterkeit. Und man kann nichts Gesünderes sammeln und essen aus der Natur als das, was wir hier in der Natur finden, was essbar ist. Die Sachen haben hier mehr Vitamine und Mineralstoffe als jeder Bio-Salat, den wir im Supermarkt kaufen. Wenn wir Bärlauch sammeln, müssen wir darauf achten, dass wir das nicht direkt am Wegesrand machen, sondern im Wald, weil die Hunde da dran pinkeln würden, zum Markieren des Weges und vielleicht auch der Fuchs. Und daher ist das ganz wichtig, nicht irgendwelche solitär stehende Büsche zu bepflücken, die direkt am Wegesrand sind, wo, wie gesagt, Fuchs und Hund Revier markieren. Dann kann auch nichts passieren, von wegen Angst wegen des Fuchsbandwurmes. Wenn wir das hier pflücken, dann pflücken wir immer nur ein paar Blätter pro Pflanze. Wir machen keine Pflanze damit kaputt. Wir wollen da keine Schäden verursachen. Wir wollen im nächsten Jahr auch wieder Bärlauch sammeln können und deswegen immer nur ein paar Blätter pro Pflanze. Wenn ich hier mal schaue, erkennbar, wie der Bärlauch aufgebaut ist.